ein hallo was für eins könnt ihr euch aussuchen und herzlich willkommen zur folge nummer 71 laut cortmo und wahrscheinlich bei dir bei welchem säure 2 wir haben neue mods bei mir ist es wahrscheinlich folge 72 oder 70 folge 70 wäre cool ich gehe jetzt auf den server bevor er wieder weg ist und allem wir haben neue mods da ein alexander markus bild rein aber es ist nicht da wir haben neue mods möchtest du darüber etwas sagen okay dann machen wir das doch einfach nicht ich bin in einem biaduct gespawnt ach du war gerade in richtung mein zuhause ich war in der wand was ich seitdem nicht mehr eingeloggt ne ja das war glaube ich dumm ich glaube bei einem neustart funktioniert das dann nicht mehr so so ja ich war gerade voll in der wand alter ticas konstrukt auch neu und rausgegangen ist da da man wieso immer ich ich gehe noch mal drauf ich muss ja außerdem war ich glaube ich gerade mit der falschen ip drauf das hat dann meine meine wegpunkte nicht mehr jetzt bin ich da nein ah ja danke fürs glas bitte doch mach ich doch gerne ich habe ein tinkers konstruktbuch gekriegt das ist auch die erste motto die eingefügt haben neben galactic craft denn wir haben keinen bock mehr auf nee wir hatten voll bock auf das ding und es war bei technische säure 1 schon da und da sind wir ja dann nur auf mond und direkt gestorben vielleicht kriegen wir auch dragonfly nochmal dazu dass er das nochmal macht hier vielleicht will er das nochmal machen ich habe jetzt ein problem ich habe nur 50 fps und weiß nicht wieso ich habe aber auch sehr wenig vielleicht sollte ich mal aus meinem keller rausgehen und erst mal von dem monster angegriffen werden draußen habe ich 70 und ein standbild kannst du schlafen gehen nicht so eine gute idee ob ich schlafen also ich habe echt nur so 30 grad ich habe nur 70 jetzt habe ich 60 80 60 53 vorher hat immer über 100 meist ja ich auch ja wenn ich wirklich so funktioniert dann tun wir das auch raus es ist 20 ich schweb auf dem baum hier ist nichts das mit krass längen würden ich habe 20 jetzt wäre es alter bin doch weg geflogen es ist nichts da also ich habe nichts muss man meinen Reaktor okay altert via dakt nicht benutzen via dakt habt zehn fps irgendwas machen wir hier falsch das ist nicht mehr so wie es sein soll ja mit einem anfang er weiß ich nicht auf jeden fall sechs weniger mein minecraft prozess ist grad vier gigabyte groß also ist eigentlich noch nicht so krass meine nutzt gerade 40 prozent aus und ich glaube ich habe gerade mein kompletten mein komplettes jellorium und ich benutze dort seine m3 auch nie auch nie um könnte ich mir vielleicht kurz strom von den ständigen kann sie jellorium von mir leihen wo das geht auch da müsste ich genügend von haben will ich auch du hast auch immer gute ideen hautbahnhof alter es lag es ist ja nicht mehr witzig nee es ist nicht ganz cool ja wenn das nicht funktioniert müssen wir es raus machen also mein pc läuft gerade noch naja vielleicht war das auch weil wir gerade in der singleplayer welt waren also ich habe ich dann auch manchmal das ist dann direkt ja wir machen das in der nächsten folge einfach mal was ähm äh minecraft neu starten gucken ob es weg ist ja das habe ich echt manchmal könnte daran auch liegen ähm silikon davon habe ich nicht mehr viel scheiße weil so ist es gerade echt eklig ja ich habe übrigens jellorium genommen danke wie viel ins deck oder was ein bisschen zu viel glaube ich ja wie viel habe ich denn eigentlich keine Ahnung 300 irgendwas ja und 500 uranium und es wird gerade neues noch gedingt ja das reicht locker was ich hier noch habe ja auf jeden fall reicht das noch ja ich habe auch noch 500 jellorium falls du das wieder haben willst bin gerade noch nicht rangekommen ne ne stimmt also vielleicht kann man sich daran gewöhnen woran dass es leckt ja ne daran will ich mich ja eigentlich nicht gewöhnen vor allem weil es leckt ja nicht teilweise läuft es ja wieder flüssig und dann habe ich ruckler ich habe die ganze zeit so ja 17 fps also in meinem haus habe ich nicht so viel aber sonst ja ja ich habe dann mal so 30 mal so 60 dann geht es wieder runter ich kann mal wieder hier meinen ganzen ärzte schmelzen 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 meinen ganzen ärzte schmelzen schmelzen und das bauxite ore das regt mich gerade auf lead ore, silver ore, iron ore, copper ore, tin ore, mag nicht alles gelorium natürlich auch aber hier das bauxite ich schmeiße jetzt ich schmeiße es jetzt weg schmelzen tech reborn hat keinen platz in meinem me system lol ich habe genau 42 kabel und 42 wolle alter ich brauchte glaub 44 ist da einer müde ja heute war schule ok also ich hatte ja noch keine die hier und ich glaub der stress fängt jetzt an also ich hab ein bisschen schiss hurra neum ja ähm und jetzt muss ich niesen alter was ist heute los heute ist montag bevor du fragst Gesundheit aua das tut weh ok wie viel wolle haben wir denn ohja ohja wie viel wolle haben wir denn ohja ähm ja mich nervt es gerade ein bisschen mit den mit den FPS weil die halt so komisch sind die sind nicht die sind halt vorher waren sie halt konstant so 60 70 100 naja vorher waren sie konstant scheiße und jetzt sind sie einfach nur noch scheiße ne ne die waren halt am ruckeln jetzt jetzt habe ich mini ruckel ich in ein haus gehe 30 FPS wenn ich eine röhre benutze 20 äh brauchst du echt voll krass fragen ob du die fluix crystal brauchst du aber natürlich brauchst du die ne was brauche ich fluix crystal ja die brauch ich fuck alter ich wollte welche haben um mich welche herstellen dann werde ich jetzt meinen charger ausstellen was ist jetzt eigentlich 55 40 60 70 60 was ist das weiß weiß es nicht jetzt habe ich wieder 30 für 20 ich fliege an meinen hausrand 20 ja ähm FPS oh lol nein smooth FPS da wird das nicht smooth von schmuv schmuvie was bringt denn das so ähm ja wo sind eigentlich die tier 9 rockets jetzt ist die haben doch gesagt es gibt tier 9 rockets oder ich weiß es nicht aber ich habe ja 8 gefunden ja eh dann gibt es wahrscheinlich auch nur tier 8 aber wo sind tier 4 das ist die frage da sind tier 4 kreffen aus heavy duty plates ha witzig die sind halt einfach was wollte ich denn machen weiß nicht was braucht man hier hinten ich brauche charged status quads und den charger ME wollt äh mein mein ME System aufstocken sagen wir mal so ne krass so dafür brauche ich erstmal ähm was brauchen wir dafür eigentlich ja mir sieht man jetzt wie ich charged status quads herstelle also ich wollte mir ein paar crafting units machen da fehlt mir was fehlt mir da ich schließe jetzt erstmal meine deep storage units an calculation processor oh nein hab ich einen stack voll hehehe ich frag mich gerade wie ich 130k cobblestone aus dem ME System wieder ins ME System rein kriege ich weiß es ist spannend was ich hier gerade machen ja bei mir ist das auch sehr spannend ja ich guck auf nen charger und ja ich bin so müde dass ich nichts machen kann und ähm weiß nicht Sam ich laufe hier grad so rum wie ne Mumie so ein bisschen ja schön siehst du wahrscheinlich auch in der Facecam sowas stimmt scheiße ja wie immer ähm ja wie immer so das dürft ihr jetzt durch braten als nächstes machen wir ME System heute setzen wir uns an Flax irgendwas irgendwas das Problem ist halt einfach ich hab übel wenig nether quarts aber das juckt mich nicht jetzt hab ich wieder 80 unten in meiner Wohnung weißt du das ist richtig komisch mal hab ich 80 fps dann hab ich wieder 10 reden wirst du erwarten wir machen heute was chilliges was mit galactic craft anfangen das könnte man echt machen aber ich wollte erstmal zu meiner query laufen mach mach doch hä stopp du kannst wir fangen mit Tinkas Construct an Dinkas Construct was wollten wir damit eigentlich nochmal machen ja halt die ganzen Sachen die ganzen Werkzeuge und den Hammer vor einem das äh gut wie weit ist denn die alter es leckt aber auch ja gut eigentlich gehts mittlerweile wieder ja wie gesagt wir gucken mal gleich woran das gehen könnte ähm probel mal wasser da von da unten oh scheiße irgendwie brauche ich nämlich hier ich muss ähm genau ich muss hier die Lava loswerden so jetzt guck ich mal ich hab 8 Deep Storage Units und ich müsste Storage Buses haben das ist jetzt nicht wahr oder doch ich kann T schreiben ich dachte gerade ich könnte kein T schreiben so Kobbel ja wie gesagt wenn es nicht geht einfach den Knopf links neben der 1 drücken und dann T drücken dann gehts bei mir ist komisch ich weiß nicht ich glaube ich mach Holz nicht rein weil Holz werde ich immer auf der Zahl wahrscheinlich bleiben oh lol alter die Query baut hier die ganze Zeit den Scheiß ab ich fall dann deswegen fast in die Lava rein oh ich wär ich dachte gerade du wärst gestorben ja ich kann jetzt hier die ganze Zeit sitzen und warten bis der das hier abbaut das Obsidian dauert halt ein bisschen bis es weg ist was bei deiner Query mhm ja bei der Baut ist echt lang aber es lohnt sich aber wenn man die ganze Zeit daneben sitzen muss und warten bis das weg ist dass man da mehr Wasser hinsetzen kann ja das stimmt wahrscheinlich hast du auch zu wenig Energie ok könnten wir auch mal eben kleine abbauen die danach verbrennen ich brauch mal irgendwelche Blöcke hm ok komisches Achievement ok ok so vielleicht funktioniert das so vielleicht hoffentlich glaube ich zwar nicht aber klar funktioniert das nicht bin ich doof oder so soll ich antworten? nö bitte nicht ok ja dann muss jetzt das alles irgendwie rausgepumpt werden funktioniert das so und wieder reingepumpt dafür brauche ich eine chest erstmal wie mache ich das? wie sollte ich das am sinnvollsten machen? ich brauche auf jeden Fall den Exportbus der hier irgendwo noch sein müsste oh ne es war ein Importbus oder war es ein Importbus? ja dann brauche ich Cable und Machine Cases ne die brauche ich nicht dann auch ich von jedem eins um zu wissen was es ist und muss mir eine chest craften hey was natürlich wieder funktioniert ich habe hier gerade Wasser hingesetzt und es ist einfach verschwunden so jetzt brauche ich die chests von hier hin dafür brauche ich nochmal die Spitzsacke scheiße aber es legt gerade echt ein bisschen abnormal diese Ohrs sind von Tech Reborn und können weggeworfen werden danke dann muss ich ich einmal jetzt wieder nach Hause hier hin dann kommt hier die Kiste hin dann brauche ich die Kabel und den Bus und wahrscheinlich noch mehr Kisten es legt es legt es legt man kann es einfach nicht oft genug sein ja man kann es einfach nicht oft genug sein ne sagen also dein Chisel nervt aber wirklich gerade es nervt so dass ich nicht mehr reden kann hab keine Worte dafür man braucht schon wieder unnötig hier Lorien schön ja und ich darf jetzt den kompletten Koppel aus meinem Inf aus meinem ME System rausnehmen und in diese Kisten hier rein tun ich hab 70k cobblestone wie hieß die Maschine? ich hab 135 wie hieß die Maschine äh die das ME System ach das ist mit so umständlich was ist so umständlich? oh fuck mir fällt grad was auf das ich vergessen habe was denn? hier muss die Priorität ja auf 10.000 gesetzt werden oh mir fällt hier grad auf das ein Kabel fehlt und dass das extrem schwierig ist weil ich das hätte vorher machen sollen mhm mhm na das sollte schon gehen 10.000 noch da so hier meine Damen und Herren kommt dirrt rein so wie Kedot Sturm sagen würde dirrt? mhm nein nicht dirrt sondern dirrt was? stelle ich mir ein bisschen dummer da so dirrt ich brauch eine dirrt Storage Unit so die setzen wir mal hier hin und jetzt haben wir schon die zweite Storage Unit ich baue jetzt diesen scheiß Block mit der Hand ab es ist zwar Stein das dauert jetzt nicht lange aber ich hab keinen Bock mit die Spitzhacke zu holen oh shit oh shit shit dirrt es ist einfach nur witzig ja in der Tat dirrt meine Damen und Herren und Damen und Herren so jetzt müsste ich hier überall kann man jetzt nicht irgendwie hier sagen ich möchte das hier drin haben ja kann man, danke so oh ich hätte das anders machen sollen ja ich glaub ich baue einen warte mal warte mal ich machs anders ich baue einen Exportbus der von dem ME System den kompletten Koppel rauszieht so hab ich mir das auch grad gedacht und in die Deep Storage Unit rein genau ich hab aber keine Acceleration Cards das könnte ein bisschen dauern Export Export Bus Formation Core ich mach das jetzt aber ich muss hier hinten das ich brauche meinen Inventar mal eben so 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 ach Pisten fehlt Pisten kriegen wir glaub ich hin ME Exportbus jetzt brauchen wir ein Cable und Dirt wo sind meine Acceleration Cards wo sind meine Acceleration Cards ah hier hinten ja eben du musst halt hier hinten das eben das Kabel weg machen was zu dem ja ja obwohl muss man ja wieso weil es sonst nicht geht sicher sicher ja ne bei mir zieht das gerade rein ja aber wenn du das ja klar nur wenn du das Kabel dran hast zieht der dir ja endlos immer Cobblestone rein eigentlich ist das egal kann ja drauf aufpassen ups das war falsch ja toll er ziehts raus und gleich wieder rein das ist doch eigentlich nur ich braue den jetzt einfach ab ist ja eigentlich scheißegal geweset ich nehme mir hier mal einen Dirt raus jetzt hätte ich gerne Acceleration Cards Acceleration wir sind übrigens bei 20 Minuten oh ja ich glaube das machen wir offline oder äh wir ja dann sieht man sich morgen wieder vielleicht ohne Legs vielleicht mit man weiß es nicht ja bis dahin Punkt tschüss 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 Vielen Dank.